Die Mela, das ist die Fachausstellung für Landwirtschaft und Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau. Die Pfand vom 13. bis 16. September im schönen Mühlen geht statt und mitvertreten war die Wemag. Der Messeauftritt stand ganz im Zeichen der Elektromobilität und umweltfreundlichen Energie. Auf die Besucher warteten attraktive Preise wie beispielsweise eine Probefahrt mit einem Elektrofahrrad für ein ganzes Wochenende. Aber man konnte auch gleich selbst in erneuerbare Energien investieren, um Teil der norddeutschen Energiegemeinschaft EG zu werden. Die Mela und der Wemag-Stand waren ein toller Erfolg. Im nächsten Jahr findet die Ausstellung übrigens vom 12. bis 15. September wieder in Mühlen geht es statt.